ach wo habe ich denn das ist denn diese liste jetzt ich hab sie meine digistore 24 linkliste ich hab sie gefunden jetzt muss ich nur noch den richtigen link finden abtippen und dann geht schon los ach so und dann war doch dann noch irgendwas mit seinem campaign key brauche ich denn das so in etwa also nicht ganz so schlimm war es bei mir als ich mit dem online marketing angefangen habe dabei ist gerade die selbstorganisation so unfassbar wichtig denn man ist dabei wesentlich effizienter vor allem wenn man mit einem simplen tool pro jahr unfassbare 13 stunden sparen kann und messerscharf noch dazu erkennen kann woher der gewinnbringende traffic kommt und genau das zeige ich dir gleich nach dem intro so und dann sehen wir uns gleich an was der digistore 24 link bilder kann und was er uns bringt du bekommst eine wirklich sehr sehr ausführliche und einfache anleitung wie du das ganze einmalig für dich aufsetzt und zwei tabellenblätter bekommst du dazu nämlich google sheets also du brauchst ein ein google konto das ja völlig kostenlos ist und da kannst du diese beiden sheets beide tabellenblätter auch implementieren und speichern zuallererst ist es wichtig deine einstellungen zu treffen und da geht es eigentlich prinzipiell und hauptsächlich um deine digistore 24 id die du im entsprechenden feld hier einträgst und wenn du die enterprise edition hast dann hast du auch die möglichkeit direkt im tool deine links zu schützen indem du sie kürzt mit einem bit.ly token den du dir erzeugst wenn du dich bei bit.ly einloggst und das wird aber auch alles ganz ganz simpel und einfach erklärt des weiteren findest du hier unten werbekanal templates das sind schon einige vorausgefüllt du kannst welche noch selbstverständlich hinzufügen aber auch in weiterer folge und die rohdateien von digistore 24 auch das wird wirklich ganz einfach und schnell erklärt wie du zu diesen daten kommst wie du das hineinspielst und dass das system aufgesetzt ist es dauert alles in allem aufzusetzen etwa ja das waren bei mir glaube ich drei bis vier minuten dann steht das ding dann wechseln wir in die zweite tabelle und das ist jetzt das kernstück von digistore 24 link bilder ganz oben findest du deine affiliate id die bereits vorab für dich ausgefüllt ist also du brauchst dich dann nie wieder darum kümmern einmal eingestellt und alles läuft automatisch dann hast du die möglichkeit in der freien suche nach begriffen zu suchen um das produkt das du gern bewerben möchtest auch schnell zu finden ich gebe jetzt nicht einen klassischen titel ein vielet marketing auch da finde ich natürlich in meiner liste genügend auswahl allerdings wie ich probiere es jetzt einmal mit smartphone und sehe was da jetzt angeboten wird hier habe ich die möglichkeit nach ventoren zu suchen die etwas im zusammenhang mit smartphone anbieten über digistore 24 und wenn ich mir jetzt einen beliebigen wenn du heraus suche dann geht es weiter mit der produktsuche und unter produktsuche sehe ich jetzt alle verfügbaren produkte die dieser vendor zu diesem keyword das ich definiert habe auch anbietet und ich wähle einfach den smartphone fotografie video kurs um 49 euro 99 aus und du siehst hier unten der link zur verkaufsseite ist bereits vorhanden genauso wie der link zum bestellformular also das ist auch das besondere dass du beide links bekommst also nicht nur zur verkaufsseite sondern direkt auch auf das bestellformular wenn das in deinem marketing prozess von nöten ist gleich direkt aufs bestellformular zu leiten dann hast du auch hier die möglichkeit den entsprechenden link dir auswerfen zu lassen ja und der top tool tipp sozusagen von digistore 24 link bilder ist der campaign key der campaign key wird immer wieder unterschätzt denn mit dem campaign key lässt es sich kinderleicht feststellen woher der wirklich gute traffic kommt du hast den digistore 24 in deiner übersicht in der analyse immer die möglichkeit nach campaign key auch zu filtern und kannst über den campaign key dementsprechend auch herausfinden welcher traffic dir wirklich was bringt und wir haben das in den einstellungen schon gesehen man kann diese liste so wie sie ist man findet sie auch hier wieder kannst du dir aus dieser liste eben einen einen passenden eintrag auswählen oder wenn dir innerhalb des erstellens des links ein neuer werbekanal einfällt dann kannst du eben einen neuen werbekanal und campaign key hier manuell zusätzlich anlegen und hinzufügen ich suche mir jetzt aus und sage ich möchte den smartphone fotografie video kurs auf facebook posten und siehe da in der link zur verkaufsseite als auch im link zum bestellformular wird der campaign key automatisch direkt hinzugefügt und habt ihr schon den link verkaufsfertig ausgeworfen wenn du jetzt die enterprise edition hast dann hast du auch hier die möglichkeit den link eben mittels bit.ly zu kürzen und wenn ich da jetzt drauf klicke dann dauert das einen kurzen augenblick und mein bit.ly link ist bereits da das ist der bit.ly link den ich habe für meine verkaufsseite und dasselbe geht natürlich auch für das bestellformular ein klick drauf einen ganz kurzen moment warten und du hast einen bit.ly link bereits erzeugt für das bestellformular jetzt klicke ich speichern und ich habe mir vorher nämlich eine komplett neue tabelle angelegt und habe jetzt in den gespeicherten links das ist ganz unten am ende des tabellen der tabelle das dritte tabellenblatt und sehe hier da ist schon mein eben erzeugter smartphone fotografie video kurs ich habe den vendor hier ich habe den werbekanal hier den campaign key wenn es einen gutschein gibt dann kann man das natürlich auch vorher in der maske noch einfügen gibt es in dem fall nicht habe hier meinen originalen link zur verkaufsseite und hier den gekürzten link den ich mir jederzeit mittels klick auf diese zwei blätter einfach kopieren kann und auch hier den link zum bestellformular also verkaufsseite und link bestellformular alles übersichtlich in einem tool wunderbar aufbereitet und damit spare ich nicht nur wahnsinnig viel zeit wahnsinnig viel nerven ich habe jederzeit die möglichkeit mir neue produkte herauszusuchen entsprechend die links mit campaign key zu verschlagworten sozusagen und dann im letzten endes auch herauszufinden welcher werbekanal wirklich mir umsatz bringt und habe alles hier wunderschön übersichtlich in einer tabelle und brauchen nie wieder auf digistore einloggen suchen dann finde ich das produkt nicht weil ich hier eben die möglichkeit im link bilder selber habe mittels freier suche nach wörtern jederzeit das digistore 24 produkt zu finden dass ich gerade bewerben möchte du denkst du jetzt vielleicht ja michael das ist tatsächlich ein feines tool aber im ernst ich spare dabei 13 stunden pro jahr und ich sagte ja wenn du wöchentlich sagen wir fünf links suchst und für jeden link circa drei minuten brauchst um ihn zu finden du weißt schon digistore einloggen auf marktplatz gehen suchen und davon gehen schon schnell mal drei minuten also fünf links drei minuten sind das 15 minuten pro woche mal 52 wochen sind wir bei 780 minuten und das sind 13 stunden in der video beschreibung unterhalb des videos findest du den link zu diesem sensationellen tool und noch weitere infos selbstverständlich obendrauf lass dir das nicht entgehen oder tappst du gern im dunklen in bezug auf deine erfolgreichen traffic quellen beziehungsweise verschwendest du gern einfach mal so 13 stunden pro jahr die du zum beispiel mit einer familie verbringen könntest wenn dir dieses video gefallen hat dann drücke den daumen hoch button und wenn es dir nicht gefallen hat dann gleich zwei mal den daumen runter button sichere dir das einzige abo in der gesamten online marketing welt das kostenlos ist indem du abonnieren drückst und lass die glocke so richtig läuten rechts neben mir findest du weitere spannende tool reviews und wenn du von digistore link bilder genauso begeistert bist wie ich dann schreiben wir das kurz in die kommentare ich freue mich wir sehen uns auf jeden fall im nächsten video bis bald dein online tool checker michael